Herausforderungen des Übergangs. In einer besonderen Form des Übergangs befinden sich momentan die südeuropäischen Länder. Teil dieser Wirtschaftskrise, die wir momentan haben, wird jetzt als Schuldenkrise markiert. Und das Lösungsmittel für diese Schuldenkrise sind Austeritäts- und Sparpolitiken. Und dort, wo das bereits besonders spürbar wird, ist momentan der südeuropäische Raum. Griechenland, Spanien, Italien teilweise. Und insbesondere auch der Gesundheitssektor, Bildungssektor und so weiter. Wir haben uns gedacht, zu diesem Thema Wachstumwende ist es auch wichtig, diese Prozesse zu beleuchten. Neoliberale Schrumpfung ist da gestern schon dazu gesagt worden. Und haben dazu jemanden eingeladen, der berichten kann, wie sich die Krise dort auswirkt. Beziehungsweise auch welche politischen Initiativen sich dort bilden und welche Chancen und Perspektiven die haben. Ich darf Christina Assensi auf die Bühne bitten. Die Christina ist nicht nur bei Attack Spanien aktiv. Dort ist sie nämlich Vertreterin des Koordinierungskreises in Spanien und außerdem Vertreterin von Spanien im European Attack Network. Sie ist auch Mitglied in dieser Demokratiebewegung, Echte Demokratie jetzt. Demokracia real, ja. Und wird uns jetzt einen Erfahrungsbericht geben, wie sich diese Krise in Spanien auswirkt und wie die Demokratiebewegung damit umgeht. Bitte Christina. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde von den Grünen vor eine ganz schwierige Herausforderung gestellt. Nämlich sollte ich in 20 Minuten euch näher bringen, was uns auf die Straße treibt, was für Schlussfolgerungen da geben könnte für ein Wandel. Und das ohne, dass man in Nordeuropa wirklich einen Hintergrund hat, was tatsächlich in Südeuropa passiert. Denn nämlich ist die Berichterstattung in Deutschland zumindest, das ist der Fall, den ich kenne, sehr schlecht. Man muss sich vor den Hintergrund stellen und da bin ich ganz froh, dass Nico Paich diesen hervorragenden Beitrag zu zivilgesellschaftlichen Initiativen für ein anderes Wachstum gegeben hat. Man muss sich vor den Hintergrund stellen, dass es in Spanien viele dieser Initiativen, die Paich ernannt hat, schon stattfinden. Dass man Subsistenznetzwerke aufgebildet hat, dass man Umtausch hat, dass man integrale Genossenschaften mit hunderttausenden Teilnehmern hat. Das darf ich leider in diesem Bericht nicht erklären, denn es gebe keine Zeit davor, sondern ich werde viel mehr darüber erzählen, was die politischen Implikationen sind. Und da komme ich zurück zu unserer Sofa-Diskussion gestern, wo eine der Referenten gesagt hat, wir erleben in Südeuropa den Zusammenbruch des Neoliberalismus, das chaotische Zusammenbruch des Neoliberalismus. Das muss ich leider widersprechen, das wurde mir sehr gefallen. Was wir erleben, ist am Gegenteil die konsequente Umsetzung des Neoliberales-Programms, in dem man den Wohlfahrtsstaat komplett absaft, trotz der zivilgesellschaftlichen Initiativen. Und darüber werde ich jetzt berichten. Das ist die Demonstration in Madrid 2011, mit der Bewegung Echte Demokratie jetzt zuerst bekannt wurde. Das hat es auch in den nordeneuropäischen Medien geschafft. Das ist eine der wenigen Demonstrationen, die es in den Medien geschafft hat, nämlich sind jedes Monat genauso große Demonstrationen. Hier ist die Demonstration im Juli dieses Jahres gegen die letzten Sparmaßnahmenpaketen. Und dann möchte ich ganz kurz auf die Frage eingehen, was treibt uns auf der Straße. Weil die Proteste wurden in den Medien von Nordeuropa als eine Reaktion auf Sparmaßnahmen präsentiert. Sie richten sich aber gegen ein gescheitertes neoliberales Gesellschaftsmodell, nicht nur gegen Sparmaßnahmen, sondern wegen diesem Gesellschaftsmodell, die ganz klar gescheitert ist, sogar bei ihren eigenen Maßstaben, denn sie haben diese Sparmaßnahmen theoretisch mit der Begründung präsentiert, man muss Arbeit schaffen, deswegen der Wohlfahrt des Staates ist ein Hindernis davor. Wir fangen an dann mit diesen Sozialabbausmaßnahmen. Diese werden als alternativlos präsentiert, indem die Veranbotung vor politischen Zeitungen an den Märkten übertragen wird. Das kennen wir alle, das wird zum Teil auch hier gemacht. Und zentrales Anliegen der Bewegung ist genau diese neoliberale Maßnahmen als politischen Zeitungen zu enthüllen, denn vor jeder neoliberale Maßnahme es eine Alternative gibt. Wir zeigen mit unserem Programm, dass es auch anders geht. Und es gibt es entgegen der Medienberichtung hier Zweithauptursachen der Protesten. Der erste ist der Transfer von unten nach oben, den ich jetzt erklären werde. Und die zweite ist die Legitimitätskrise. Also es ist eine politische Ursache, das liegt in der Entfernung, das ist ein bisschen die Macht und die Bürger. Ich werde jetzt ganz grafisch den Transfer von unten nach oben erklären. Das ist nämlich ein Plakat, der ein Kellner in Madrid auf seinen Bar gestellt hat, weil eine der Folgen dieser Bewegung war, dass plötzlich viele Arbeiter angefangen haben, sich selbst auszudrucken, indem es Plakaten überall gab, auf den Balkonen, auf den Arbeitsplätzen, überall. Das könnt ihr jetzt nicht verstehen, aber ich werde kurz einige Sachen übersetzen. Übersetzen, der Kellnervergleich, die Kosten vor der Einführung des Euros und die Kosten jetzt. Zum Beispiel ein Kaffee kostet 80 Pesetas, das ist, es kostet jetzt 1,20 Euro, also 200 Pesetas. Unten ein Liter Milch, das gleiche, 80 Pesetas kostet es. Es kostet jetzt 80 Cent, also 140 Pesetas. Die Mitte, die Alküllerhabitation, kostet 30.000 Pesetas. Heute kostet es 400 Pesetas, das sind 65.000 Pesetas, also es ist mehr als das Doppelte. Ganz unten, mein Gehalt als Kellner, das kann man nicht vollständig sehen, aber es waren 80.000 Pesetas und sind heute 1.900 Euro. Das ist das Gleiche. Das zeigt ganz grafisch, dass die Gehälter stagniert haben, während die Kosten massiv zugestiegen haben und die Leute es nicht mehr bis Ende des Monats schaffen. Dann, wenn es darüber erzählt wird, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt haben, das muss man ganz klar fragen, wer hat über ihre Verhältnisse gelebt. Dann werden diese Sparmaßnahmen als alternativlos präsentieren. Wir stellen diese Alternativlosigkeit infrage. Denn sie präsentieren die Staatsversuldung als Konsequenz eines so großzügigen Wohlfahrtsstaates. Aber die Versuldung der Peripherieländer ist auf ganz unterschiedlichen Gründen zurückzuführen. Zum Beispiel in Griechenland gab es eine hohe Staatsversuldung. Die Staatsversuldung in Spanien war unter den niedrigsten in Europa vor der Krise. Also es war niedriger als die deutsche Staatsversuldung, zumindest zum Beispiel. Und die Ursache dieser Sparmaßnahmen legt viel mehr auf die Rettung der Banken auf Kosten der Bevölkerung. In Spanien wurden bis jetzt, also zuerst 17,7 Milliarden Euro Bedienungslohn an den Banken gegeben. Und jetzt ist diesen Lohn von 100 Milliarden Euro auch an den Banken gegeben. Wo liegen die Gründe der Staatsversuldung? Das sind einige Fakten ganz kurz. Die erste, wie gesagt, ist die Rettung der Banken auf Kosten der Bevölkerung. Die zweite ist das regressive Steuersystem. Ganz kurz muss ich erläutern. Also Steuersenkungen in dem Periode von 1993 bis 2008 für die Spanier, die über 300.000 Euro verdienen. Also das sind ganz wenige in Spanien. Sie haben 37% Steuersenkungen bekommen. Bei den Spaniern mit 22.000 ungefähr jährlichem Durchschnittseinkommen, das sind die meisten, die Arbeit haben, betrug diese Steuersenkungen nur 1,7%. Und das ist ganz genau, was ich meine mit Transfer von unten nach oben. Dann Steuersenkungen vor großen Unternehmen, 5,3 Milliarden Euro. Vor kurzem hatten wir die letzten Kürzungen in Krankenhäusern, wo es eine ganz dramatische Situation in den Krankenhäusern haben. Die betrugen 10 Milliarden Euro. Vermogensteuer abgeschafft, 2,1 Milliarden Euro. Viel weniger hat man aber mit den 1,5 Milliarden Euro Spanierungen in Pensionen. Also es geht doch anders. Das ist, was ich hier ganz kurz erleuchten möchte. Und nämlich die dritte Sache, die dritte Ursache ist der Steuerflug und Steuerhinterziehung. Ein Thema, der auch zentral in Griechenland ist. Und es wird gerechnet in 44 Milliarden Euro. Und das ist nicht der Taxifahrer, der so in euren Zeitungen thematisiert wird. Der Taxifahrer, der kein Beleg gibt, sondern ist vielmehr, sind es die großen Besitzstümer und Banken und Korporationen mit Hilfe der Steuerparadiesen und mit Hilfe der Kollektivinvestment Societies. Da kann ich nicht näher gehen. Die Folgen, also das ist ein Plakat von einer der Demonstrationen, wo wir gegen den Europakt auf die Straße gingen. Aber die Folgen dieser Politiken, die Sie uns als Alternativlos präsentiert haben und die gesagt haben, das ist notwendig, um Arbeit zu schaffen. Also die Folgen sind viel hohe Lebenskosten. Alle indirekte Steuern wurden erhocht. Zum Beispiel bei Lebensmitteln bezahlte man 7% mehr Wertessteuer, jetzt bezahlt man 19%. Drastische Reduzierung der internen Nachfrage als Konsequenz der hohen Lebenskosten. Das bedeutet die Pleite von hunderttausenden kleinen Unternehmen. Und ich muss sagen, dass 70% unserer Arbeiter bei kleinen Unternehmen arbeiten, weil wir keinen so starken Industriesektor haben. Und das führt zu mehr Arbeitslosigkeit und zu weniger Staatseinnahmen. Dann mit der Reform des Arbeitsmarktes, auch durch Europa promoviert, wurden die Rechte auf gewerkschaftskollektive Verhandlungen de facto abgesaft. Damit meine ich, dass sie jetzt als ganz freiwillig für die Unternehmen gelten, was das Gleiche ist, als zu sagen, dass sie nicht gelten. Das hat zu sehr hohen Reduzierungen des Gehaltes im Privatsektor geführt und natürlich zu massiven Entlassungen, sowohl im Privat- wie auch im öffentlichen Sektor, insbesondere bei Schulen, Krankenhäusern etc. Und bei ihrem eigenen Maßstab von den Neoliberalen, die Arbeit, muss man sagen, es gibt mehr Arbeitslosigkeit als am Anfang aller dieser Maßnahmen. Nämlich sind wir jetzt bei 25% Arbeitslosigkeit und 54% Arbeitslosigkeit bei den unter 30-Jährigen. Damit kam eine Senkung der Arbeitslosenhilfe, die jetzt unter der Armutsgrenze liegt und eine noch schlimmere Situation ist die Situation von 1,5 Millionen Familien mit allen Mitgliedern arbeitslos. Weil man muss verstehen, dass es in Spanien keine Sozialwohnungen gibt, dass es keine Mindestsicherung gibt. In diesem Kontext ist im Mai 2011 das Manifesto Echte Demokratie jetzt. Hinter diesen Initiativen sind viele verschillende soziale Bewegungen der Zivilbevölkerung in Spanien. Das ist eine dieser Bewegungen, das heißt Jugend ohne Zukunft. Und dieses Plakat habe ich, wollte ich euch zeigen, weil es ganz grafisch ist, von den Gründen, warum diese Proteste aufgerufen wurden. Es heißt, ohne Wohnung, ohne Arbeit, ohne Pension, ohne Angst. Ja, wie gesagt, diese Proteste wurde im Mai 2011 berufen mit dem Manifesto Echte Demokratie. Jetzt, es gibt keine Zeit, um es aufpassen zu erklären, es ist auf unserer Webseite in mehreren Sprachen erheblich, auf jeden Fall, um zusammenzufassen, ruft es den Bürger zum Kampf gegen Neoliberalismus, um die Politik zurückzueroberen, zu erobern und damit meinen wir, reclaim politics back from the financial markets. Also, dass nicht die Märkte das sagen haben sollen, sondern die Bevölkerung. Die Bewegung hatte acht sehr konkrete, pragmatische Forderungen und das sind die immediate Forderungen, neben der Forderungen natürlich nach einem anderen Gesellschaftsmodell, die nur langfristig implementiert und implementiert war, wären und das sind Mechanismen der partizipativen Demokratie, strengige Kontrolle der Banken, interne Demokratie bei den Parteien, neues Steuersystem, auf den Gründen, die ich bevor erklärt habe, Konsolidierung und Erweitung der sozialen Rechte und damit meinen wir auch Bildung, Erziehung, etc., universalen Recht zur Wohnung, null Militärausgaben, unabhängige Medien und die wichtigste Forderung, die zentrale Forderung der Demonstration war eine Änderung des Wahlgesetzes, nämlich, weil das Wahlgesetz in Spanien das System de facto so ein Zweiparteien-System macht, denn die dritten Parteien, die Minderheitsparteien brauchen zweimal so viele Stimmen wie die großen Parteien, um die gleichen Sitze im Parlament zu bekommen. Das macht es de facto so ein Zweiparteien-System, das erklärt auch die Ergebnisse der letzten Wahlen, wo die Sozialdemokratie 4,5 Millionen Stimmen verloren hat, die Konservativen blieben gleich, also sie haben nicht mehr Stimmen dazu bekommen, sie haben trotzdem die Wahl gewonnen mit 30% der Stimmungen, weil alle anderen Stimmungen zu kleinen Parteien gingen und das heißt, dass sie sehr viel unterrepräsentiert sind. Das heißt, die zwei großen Parteien kontrollieren de facto das System, das ist sehr ähnlich in Griechenland, in Griechenland zum Beispiel erhalten die zwei großen Parteien einen Bonus von 50 Sitzen im Parlament und das ist wichtig für die politische Übersetzung, was in der Zivilbevölkerung passiert und das erklärt auch, warum es bis jetzt keine direkte Konsequenzen für das politische System hat. Diese Demonstration wurde mit vielen kreativen Plakaten aufgerufen, da ist dann nämlich Hände hoch, das ist ein Arbeitsvertrag und hier steht Wir sind mehr. Also, ich habe vorher die Bilder von Madrid gezeigt, es wurde aber in über 70 Städten in Spanien gleichzeitig demonstriert und das ist zum Beispiel eine kleine Städte in Nord, das ist Bilbao, das ist Valencia. Ich konnte viel mehr Bilder zeigen, aber es ist auch jetzt nicht unser Thema. Es reicht, wenn ich sage, dass über 1,5 Millionen Menschen Spanienweit auf diese Demonstrationen teilgenommen haben und dass diese Demonstrationen regelmäßig stattfinden, indem wir wie gesagt über 1 Millionen Menschen mobilisieren und ich muss auch sagen, dass es wenig vor die politischen Konsequenzen gebracht hat, wie ich jetzt erklären werde. Aber was ist diese Bewegung, was ist echte Demokratie jetzt? Es ist ein Netzwerk, die hunderte von Plattformen und Bewegungen zusammen ist. Es sind sowohl traditionelle Bewegungen wie die Ökologisten, die Frauenrechten Bewegungen, die Bewegungen, die gegen Armut gekämpft haben, die Umweltbewegungen. Sie sind alle, sie haben sich alle zusammen gemacht unter gemeinsamen Forderungen und es verbindet aber auch tausend von einzelnen Bürgern ohne vorherige politischen Background, die aber diese Forderungen auch teilen und aktiven Teil der Bewegung sind. Die partizipative Demokratie ist gleichzeitig die Hauptforderung und die Hauptorganisations Tool. Es funktioniert auf eine horizontale Weise, wo sich die ganzen Bewegungen in einem Netzwerk verbinden und Fokus der Bewegung ist das Finanzsystem und die begrenzte Demokratie durch diese Macht, die wir eben angesprochen haben, die gestern auch in den Arbeitsgruppen hier angesprochen wurde. Nämlich teilen wir die Analyse, dass diese begrenzte Demokratie oft bloß als Mittel sozialer Legitimierung von Zeitungen, die ohnehin in ganz anderen Instanzen genommen werden. Und zentrale Strategie ist es, diese angebliche Alternativlosigkeit, die Lack of Alternatives diesen neoliberalen Maßnahmen infrage zu stellen, indem wir klar machen, dass es sich um rein politische Entscheidungen halte. Also die ganze Bewegung, die erste Demonstration der Bewegung passierte gleich nach dem arabischen Frühling, nach den Protesten in den arabischen Ländern und da hat der spanische nächste Regierungschef, glaube ich, ganz zu treffend die Lage beschrieben, als er gesagt hat, in der arabischen Welt protestieren sie, weil sie wählen möchten und hier protestieren sie, weil sie bemerkt haben, dass Wählen allein nichts bringt. Und was meint man damit? Damit meint man, demokratisch gewählte Parteien nicht mehr bei ihrem Wahlprogramm stehen, das muss ich ganz klar sagen, dass die Sozialdemokratie, die die erste war, die diese Maßnahmen implementiert hat, ein ganz gegensätzliches Wahlprogramm hatte, aber auch die konservative Regierung hat die Wahlen gewonnen, also die aktuelle Regierung mit dem Aussage, mit dem Motto kein zusätzlichen Euro für Banken. Und jetzt haben wir eine 100 Milliarden Euro Lohn für Banken, die als Gegensatz hat, dass der Wohlfahrtsstaat abgebaut wird. Dazu muss man zu diesen Paketen muss man auch ganz klar sagen, dass Institutionen wie die Europäische Zentralbank und das internationale Wahrungsfonds die ganz klaren Bedingungen vor den SPAR-Paketen legen und dadurch fundamentale Entscheidungen vor das Leben der Bürger treffen, so wie es sollen Krankenhäuser geschlossen werden, dass Arbeitsmacht, die kollektiven Rechten etc. abgesaffen werden sollen, die unterliegen keine demokratische Kontrolle. Wir haben hier nämlich in Europa, was wir vor zehn Jahren in Lateinamerika hatten, was wir hier in Europa für unmöglich hielten, passiert jetzt in Südeuropa. Und ganz konkret bedeutet das, dass die Finanzakteuren ihre Maßnahmen durchsetzen, in ein neoliberales Programm durchsetzen, diese Maßnahmen sind nachteilig für die Mehrheit der Bevölkerung. Hier ist ein Plakat, eine andere Proteste, nämlich gegen die Reform unserer Verfassung. Unsere Verfassung wurde ohne Volksabstimmung in zwei Tagen von den zwei großen Parteien geändert auf eine Bedingung von der Europäischen Kommission, die sagte, man muss Priorität zu den Bankenzahlen geben über den Sozialausgaben. Und das hatte ganz konkrete, ganz praktische Folgen für alle Kommunen, die jetzt kein Euro in Krankenhäuser oder in Schulen investieren können, sie diese Schulden mit den Banken nicht zurück bezahlen. Man muss auch sich vorstellen, dass die Linke 20 Jahre lang eine Reform der Grundverfassung gefordert hatte mit ganz konkreten Gesetzesinitiativen, die eine sehr breite Unterstützung hatten, um das Wahlgesetz zu ändern. Weil das Wahlgesetz nämlich ist präkonstitutionell, also es wurde während der Franco-Zeit gemacht. Und die Antwort war immer, man kann die Grundverfassung nicht ändern, denn es ist ein Konsensus, ein sehr harten Konsensus, dass man in Zeiten der Transition nach Ende der Diktatur erreicht hat, also man kann die Verfassung nicht ändern. Und aus einer Ansage von Europa, von der Europäischen Kommission, ganz konkret von Merkel, mit dieser Obsession mit der Schuldenbremse, wurde unsere Verfassung ohne Volksabstimmung in zwei Tagen geändert. Das erklärt, denke ich, ganz gut die Endemokratisierung, die jetzt in Südeuropa stattfindet. Unser Konzept der Organisation ist ein horizontales Netzwerk, der basiert auf Vertrauensnetzwerke, in dem Sinne, dass Baych gestern erklärt hat, Nachbarschaftshilfen und Bürger Assemblies, wo es politisch diskutiert wird. Diese Assemblies finden jetzt auf einer Viertel Ebene Stadt, sie finden wochenliche Stadt und sie verbinden viele, viele Bürger, die über die politische Situation diskutieren möchten, weil nämlich die Hauptkonsequenz dieser Bürgerbewegung ist eine Repolitisierung, breite Sicht in der Gesellschaft, die ich denke, da war einer unserer Modus ganz wirksam und das war Demokratie ist kein Zuschauersport, also man braucht eine aktive Zivilgesellschaft. Dann haben wir sehr konkrete Plattformen für spezifische Probleme, wie die Plattform gegen Schwankräumungen, das ist ein Stopp des Autismann, das ist ein Logo hier, also es gibt leider keine Zeit, um das zu erklären, aber wir haben durch Menschenkette Tausenden von Schwankräumungen verhindert und das ist nämlich ein ganz dramatisches Problem in Spanien, denn es gibt keine Sozialwohnungen, die Leute können in den Hypotheken nicht mehr bedienen, diese Leute, die von den Banken aus ihren Häusern Obdachloch sein, weil es nämlich keine Alternative gibt und dann hat die Bewegung eine ganz konkrete Forderung gestellt und das war, dass die Banken durch staatliche Mittel geholfen wurden, sie haben eine Million stock leere Wohnungen, nämlich die Wohnungen aus der Immobilien Blase, deren Hypotheken nicht mehr bedient werden können, sie sind leer, gleichzeitig sind tausende Menschen obdachlos, wir haben gesagt, diese Banken, die mit öffentlichen Mitteln geholfen würden, diese leeren Stock von Wohnungen sollte enteignet werden und unter sozialen Mieten von dem Staat zur Verfügung gestellt werden und solange das nicht passiert, werden wir konkrete Räumungen verhindert, Bankräumungen verhindern und wir verhindern die Räumungen, die bedeuten würden, dass diese Leute dann auf der Straße sein würden. Wie machen wir das? Das ist ein Internet-Tool, das ist durch GPS und nämlich auf einem Radium von 20 Kilometern die Leute, die E-Mail gegeben haben, wenn eine Bankräumung stattfinden soll, zu einem bestimmten Datum mit einer bestimmten Uhrzeit, werden alle diese Leute, die sich in der Nähe befinden, benachrichten und sie kommen vor dem jeweiligen Haus um diese Uhrzeit und dann verhindern sie, dass die Polizei und die Bankenvertreter zu den Wohnungen reingehen können. Was wird damit erzielt? Damit muss der ganze legalen Prozess vom neuen Staat gestartet werden und damit können diese Leute länger, also es dauert zumindest drei Monate, bis es wieder gemacht werden kann und dann gibt es eine neue Nachrichtung mit Datum und Uhrzeit und Ort und dann macht man das Gleiche und damit hat man tausende Schwankräumungen gestoppt, die das Problem viel schwerer machen würde von Obdachlosigkeit. Das ist nur ein Beispiel von einer ganz konkreten Form der Plattform. Es gibt viele, es gibt über 40 versiedene Plattformen, mit ähnlichen Strategien vor versiedene Eswecken. Warum erkläre ich das? Ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel von der Strategie der Bewegung und das ist nämlich zeigen, was das System festecken möchte, thematisieren, was sich als natürlich ausgibt, nämlich, wenn man die Hypotheke nicht zahlen kann, dann muss man aus der Wohnung raus und es ist egal, was mit diesen Menschen passiert, ob sie dann in eine Sozialwohnung kommen konnten oder nicht, denn diese Sozialwohnungen gibt es nämlich nicht und das, was sich als natürlich ausgibt, möchten wir thematisieren, indem man nach der Unterstützung alle Bürger fragt. was ist die Reaktion bis jetzt von der Regierung, von der konservativen Partei auf diese Bewegung, auf diese massiven Protesten, das ist die zunehmende Unterdrückung, leider, ich habe jetzt keine Zeit, um billig darauf einzugehen. Zwei Minuten noch, Christine. Aber das Demonstrationrecht wurde als erste Maßnahme geändert, damit wurde das passive Widerstand penalisiert. Dieses passive Widerstand ist die Hauptstrategie, die wir benutzen, um konkrete Maßnahmen zu verhindern, natürlich. Es ist eine sehr friedliche Strategie, die bis jetzt in Spanien nicht penalisiert werden dürfte und es wird jetzt penalisiert, nämlich mit hohen Geldestrafen. Dann haben bei den letzten Protesten zum Beispiel tausende Bürger, darunter der Präsident von Tag Spanien, einen Brief bekommen mit Drohungen von Legalaktionen. Diese Legalaktionen sind so gegen einige der General, zum Beispiel der Generalsekretär, eine der Hauptgewerkschaften angefangen wurden, aber auf jeden Fall diese Geld, diese Geldstrafen sind auch ein sehr effizientes Verhinderungsmittel, denn diese Strafen sind 300 Euro. Das ist in Spanien die Hälfte der Grundeinkommen. Also man kann sich vorstellen, wie effizient diese Strafen sein können und gleichzeitig hat man das Gesetz so geändert, dass jetzt, wenn eine Demonstration gerufen wird, dann sind die, die diese Demonstration gerufen haben, verantwortlich für die Sicherheit auf den Straßen. Also der Staat hat gesagt, die Polizei will nicht mehr überwachen, also die Bürgerbewegungen sind dann verantwortlich für Sicherheit auf den Straßen, die Gewerkschaften etc. Und das bedeutet, dass es dann legale Prozesse angefangen werden vor allen Inzidenten, die werden eine Demonstration stattfinden. Also da sind die Organisatoren verantwortlich. Das sind nur zwei, ich denke, ganz aussagekräftige Beispiele, was die Reaktionen bis jetzt auf diese Proteste sind. Vor September von den Gewerkschaften, von allen hispanischen Gewerkschaften und von der Bürgerbewegungen eine neue Demonstration trotz dieser Veränderung der Demonstration Rechtes aufgerufen. Und da gibt es eine ganz konkrete Forderung, nämlich eine Volksabstimmung über diese ganzen Sparpaketen, die theoretisch über Europa kommen und die theoretisch die Arbeit schaffen sollen und alternativ los sind. Warum ist dieses ganze Bild relevant von was in Südeuropa passiert, warum ist das auch hier relevant? Aus zwei Gründen. Der erste ist, dass wir mit einer Europäischen Union zu tun haben, ob uns gefällt oder nicht, das konnte man diskutieren, ob diese Europäische Union eine gute Idee war oder nicht, aber auf jeden Fall ist das der Stand der Dinge und das bedeutet, dass sowohl die Projekte, die wir gestern diskutiert haben, mit Postwachstumsstrategien, wie diese Probleme nur dadurch gelöst werden können mit einer europäischen Strategie. Jetzt kann man nur auf europäische Ebene handeln, um wirksam Lösungen umzusetzen. Diese Lösung, dieses Modell, dieses neue Modell muss auf jeden Fall Rechnung tragen, sowohl vor die Situation hier, als auch vor die Situation in Südeuropa, in Italien, in Portugal, in Spanien, in Griechenland Rechnung tragen. Und die zweite Grunde ist, dass diese Politiken eigentlich die Vorimplementierung eines europäischen Pakets sind und dieses Paket heißt Fiskalpakt. Viele dieser Politiken kommen als Konsequenz dieses Fix-Pakalpakt aus und das ist relevant sowohl in Südeuropa als auch in Nordeuropa. Und damit möchte ich jetzt abschließen. Vielen Dank für eure und jede Aufmerksamkeit. Applaus Ja, vielen Dank Kristina. Kristina.